Petra Unkel, auch Petra Unkel Klinder, ist eine deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Kabarettistin, die einem breiten Publikum als Kinderdarstellerin bekannt wurde. Leben Ihren ersten Filmauftritt hatte die Tochter des Tenors Petra Unkel im Alter von vier Jahren in Lupo Picks Historiendrama Napoleon of St. Helena mit Werner Kraus in der Rolle Napoleons. Bereits im darauffolgenden Jahr erhielt sie eine erste Hauptrolle als Tochter Richard Taubers in Melodie der Liebe. Für diese Darstellung wurde der Kinderstar wegen seines natürlichen Charms von der Filmkritik gelobt. Gleiche Reaktionen zeigte die Filmzeitschrift der Kinematograph, als Unkel 1934 Dicker Sekunden Mündel Viktor D. Kovas in Arthur Maria Raben als Papi verkörperte. In den 1930er Jahren war Unkel eine vielbeschäftigte Jungdarstellerin, ob in Heimatfilmen wie Heideschulmeister Uwe Carsten und Komödien wie blinde Passagiere des szenischen Komiker Duo Pet und Patachion. Gelegentlich war sie dabei auch in jungen Rollen zu sehen wie 1933 in Moral und Liebe und als Duffer im Historienfilm Lisa Lotte von der Pfalz mit Renate Müller in der Titelrolle. Auch als Erwachsene konnte Unkel ihre Filmkarriere fortsetzen. Sie spielte 1943 neben Emil Janins in Altes Herz wird wieder jung, neben Marika Röck in Sensation in San Remo, neben O. W. Fischer in Ein Herz spielt falsch als Tochter des von Paul Hörbiger verkörperten Sokrates in Die Frauen des Hermes. In der Komödie 2 Bayern in Sankt, Pauli der Komiker Joe Stöckel und Beppo Brehm sowie in Literaturverfilmungen wie Erich Kästners Salzburger Geschichten und Johannes Mario Simmels. Nackt, wie Gott sie schuf aus dem Jahr 1958 der zugleich den letzten Eintrag in ihrer Filmografie markiert. Außerdem gehörte Unkel ab 1946 als Darstellerin und Sängerin zum Ensemble des von Rudolf Schündlers gegründeten Kabaretts Die Schaubude. Darüber hinaus war Unkel auch als Sprecherin für Hörfunk und Synchronisation tätig. Sie lieh ihre Stimme unter anderem Brigitte Bardot in Reif auf jungen Blüten, Nancy Olsen in Canadian Pacific sowie Micheline Prissel in dem 1955 produzierten Filmbiografie. 1953 synchronisierte die ehemalige Kinderdarstellerin den ehemaligen US-amerikanischen Kinderstar Shirley Temple in der deutschen Fassung des 1944 entstandenen Films als du Abschied nahmst. Filmografie 1929 Napoleon auf St. Helena 1932 Melodie der Liebe 1932 Ja, treu ist die Soldatenliebe 1932 Schuberts Lieder 1933 Moral und Liebe 1933 Heideschulmeister Uwe Carsten 1934 Nisch geht über die Gemütlichkeit 1934 Aufschnitt 1934 Papi 1934 Aufforderung zum Tanz 1935 Lieselotte von der Pfalz 1935 Die Heilige und ihr Nah 1935 Der mutige Seefahrer 1936 Blinde Passagiere 1943 Altes Herz wird wieder jung 1945 Das kleine Hofkonzert 1948 Die Zeit mit dir 1949 Hallo Fräulein 1949 1949 Heimliches Rendezvous 1949 Artistenblut 1949 Einmaleins der Liebe 1950 Paul Chin und die Mädchenschule 1951 Professor Nachtfalter 1951 Die Frauen des Herrnes 1951 Sensation in Sanremo 1951 Die Dame in Schwarz 1952 Haus des Lebens 1952 Ich warte auf dich 1953 Die drei falschen Tanten 1953 Ein Herz spielt falsch 1953 Bezauberndes Fräulein 1954 Am Anfang war es Sünde 1954 Liebesbriefe aus Mittenwald 1955 Der dunkle Stern 1955 Der Fischer von Heiligensee 1955 Rosenmontag 1956 Zärtliches Geheimnis 1956 Hilfe Sie liebt mich 1956 Zwei Bayern in St. Pauli 1957 Frauenparade 1957 Salzburger Geschichten 1957 Liebe Wie die Frau sie wünscht 1958 Nackt wie Gott sie schuf Hörspiele 1952 Mord für die Welt Regie Fritz Bencher BR 1952 Die Kurve Regie Walter Ohm BR 1953 Tochter der Wildnis Regie Helmut Brennecke BR 18 21 21 21 22 22 23